Noch einer. Kann ich jetzt den blöden Panzer abschalten? Ah, der ist schon hinüber. Schon wieder Müll. Alles voller Müll hier. Was ist schlimmer als Müll? Brennender Müll. Gibt's hier was umsonst? Auch nix. Feline. Feline klingt gut. Nova gegen Feline. Das ist ein guter Tausch. 60-60. Nova gegen Feline. Hier ist nix nur Klimaanlagen. Ich glaube ich bin geduckt. Bin ich so klein? Nein. Nur ein Meter Prügel. Aha. Wieder mal. Äh. Markieren. Mann. Mann. Shit. Wir schießen scharf. Es geht hier ab. Mal Stealth aktivieren. Sicher. Keiner. Oh. Kommt da einer? Kontakt, hallo. Oh. Gott. Ich bin durch Luft. Ich will ihm den Donut auf den Schädel laden. Oh. Bang. Hihi. War aber leider keiner drunter. Granatennachschub. Sehr gut. Zweimal antippen gibt's Granaten. Okay. Kommst da auch, kriegst du auch den Fett ab. Oh. Oh. So geht das aber nicht. Ich hab die Fire, ich hab die Fire, ich hab das mal auf. Das welchen Leben lässt. Ich hab die Fire, nicht mehr um die Luft. Das was ich nicht. Ja,段olus gut. mit dem Donut. Ich bin da runtergerutscht. Ich bin gerannt. Ah, da ist einer. Los, geh rüber! So, er geht nicht. Also gut, los mit der Scheiße. Läng jetzt an. Überpolize die Kreuzung. Und übernehmen das Leiner. Rollstuhl. Okay, jetzt vielleicht. Ne, jetzt kann ich nicht mehr. Mensch, das ist gemein. Na, wie auch immer. Au. Die schießen aber scharf. So maximal ist sie auch wieder nicht. Hab ich schon. Heiliger Stoßack. Da geht's ab. Den hätte ich gern erwischt. Das ist mir nicht vergönnt. Alles okay. Ja, genau. Alles okay. Gut, dann werden wir einen Anzug tarnen. Wieder waren von hinten. Aufrollen, das Feld. Hm, da ist einer. Los, kommt vor. Ich hab maximale Panzerung. Was hast du davon? Ähm, ich hätte gern deine Waffe. Ah, da gibt's den Nachschub. Kein Problem. Schießt er. Granaten. Wo sind sie? Weg. Nein, ich bin da oben. Hallo. Ah, du bist da oben. Richtig? Nein, immer noch nicht. Hey, Liga. Da hält was aus. Hä, hä. Moment. Hol mir noch schnell Munition. Falls zu spät ist. Na. Da kommen die Schüsse. Nicht sehr schnell in der maximalen Panzerung. Okay, steht fest. Aufladen. Oh, fliegen. Die Fliegen sind zurück. Oh. Da war doch einer hier drin. Woher war der? Da? Ah, da. Sichtkontakt. Sichtkontakt. Ihr trefft ja eh nix. Ups. Au, shit. Treffen doch ein wenig. Okay. Das sein muss. Bis dahin sitze ich nicht mehr. Oh. Wo? Hö, hö. Gut, wenn du still hältst. Der hat mich schon wieder aus den Augen verloren, der Depp. Mensch, ich schieße eh so schlecht. Trotzdem treffen sie mich nicht. Hm. Haben alles gesäubert. Ich dachte mir, die ersten paar Levels... ...brauche ich nicht allzu stealthy umgehen. Oh. Los, geh da rüber zum Kanister. Du mir den gefällten. Okay. Gut, dann wärmer. Kann man das so machen. Hehe. Hallo. Schleichen, schleichen. Schauen wir sich nicht in den Kübel da. Da sind wieder ein paar gespawnt. Ich würde mich mal darnen. Oh. Oh shit. Yes. Mensch, ich will da drüber lügen. Komm, hol mich Bitch Ups Ja, komm her Dann kriegst du noch ein paar Schüsse ab Immer den Schüssen nach Schauen wir mal eine Demunition hier Ist hier noch wer? Nee Ja, das hast du gehört Mann am Boden, Mann am Boden Ich glaub den hab ich nicht Das wär schon ein arger Zufall Felin gegen Felin Das ist ja schlimmer Wie Kramer gegen Kramer Lebst du noch, Bruder? Nee, du schläfst schon Oh je In den Brunnen gefallen So, haben wir alles gesäubert Von Unrat Ich glaub dann können wir in die U-Bahn Da geht's rein Ein Subway Sandwich Ist hier die Tür zugegangen? Nee Noch kann ich umkehren Tor auf, Augen zu Hey, da sitzt wer Was ist denn da? Äh, Profit Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee Ich kriege Dutzende von Nanowischen Nanowischen Ehh Dann lieber ohne Nanowischen Mädels, immer merken Immer von hinten nach vorne Nanowischen Ui Ein Käfer Was willst du? Ein Kohler Ich hab alles Menschen mögliche getan Ich hab mich um alle gekümmert Ich werde dich verraten Mh Ich werde dich erlösen Es ist ein Nest Aus da, Profit Ein Nest? Ja, wo? Ah, da Hauk Das nennst du Alternativrundler? Ich nehm den Aufzug So eine afrikanische Summe Scheiße wie Ebola Kefer Hallo Wo? Wer redet da mit mir? Sprich zur Hand, Baby Hm Gemeinde Gemeindebau Intercept Ah, Octopussy Hier ist Commander Lockhart An alle Cell-Mitarbeiter Lockhart Unsere Versuche Den Zellzusammenbruch Bei den Infizierten Umzukehren Sind erfolglos geblieben Evakuierung Ist keine Option mehr In der ganzen Stadt Gilt ab jetzt Beim geringsten Verdacht Auf Infektion Schießbefehl Außerdem ist das Nanosuit-Subjekt Profit Ebenfalls Als aktives Biologisches Risiko Zu betrachten Profit Muss bei Sicht Sagt meine Frau auch immer Ich bin ein biologisches Risiko Wow Die wird hoch Nährt sich Nährt sich Ja Das ist eine Warnung wert In der Tat Hebe Fässer Autoteile Oder sogar schweres Gerät Auf und wirf damit um dich Wow Und das Ganze ohne Einen einzigen Schuss Abzufeuern Gut Dann gebe ich meine Waffen an der Rezeption ab hier Habe ich kein Flashlight Holen Sie ihn runter Holen Sie mir Also bitte Was soll das heißen Holen Sie ihn runter Hey Ich habe gerade das Kopiergerät benutzt Greifen Megatritt Das nenne ich einen Megatritt Was haben wir hier Kaffeemaschine Aha Eine Marschall Brauche ich die Was habe ich da Das Ah Nehmen wir die Marschall Der wird sie nicht mehr brauchen Boah Jetzt habe ich ein Riesenvisier Das geht es gleich drunter und drüber Nix wie raus hier Oh Oh Mensch Mensch Gegenmaschine Mensch gegenmaschine Wow Sie haben ihn ausgeschaltet Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Glaube ich solltet ihr mit den Deckern gehen Lilo halten Wir kommen Willkommen Willkommen Sie das Mann Sehen Sie das Naja Wollt weniger als einen Block von ihrer Position entfernt runter gegangen sein Bin ja nicht blind Mann Ich bin ja nicht blind Mann Wer das heißt oder Bis zum nächsten Mal.